Dankeschön! Und das haben wir vorhin im Soundcheck schon mal gehört. Wenn Sie mal auf die letzte Seite Ihres Liedblattes gehen... Moment, wo ist das? Letzte Seite! Ich singe für die Mutigen. Können wir mal ungefähr einen Sound haben? Ich glaube, wir können es noch 5% schneller nehmen. Ich singe für die Mutigen, die ihre Mäste füllen, die das zurücklassen, was nicht auch wandelt. Ich sing für die Vertrauenden, die Gottesruferen, die auch in zwei Gewissen geht mit Ihnen. Ich sing für die Mutigen, die ihren Weg suchen. Die ganz zurücklassen, was sie gewappelt. Ich sing für die Vertrauenden, die noch in zwei Gewissen fuhren, die auch in zwei Gewissen geht mit Ihnen. Ich singe für die Mutigen. Ich singe für die Mutigen. Was macht das? Ich singe für die Mutigen. Vielen Dank.